Hi und willkommen beim zweiten Posten des Computer Literacies. Wir werden heute gemeinsam die Windows Basics anschauen. Mein Name ist Kevin und ich bin Teil des Notebook Support Teams. Das erste Mal werden wir schauen, wie wir in unserem Computer navigieren. Dies mit Hilfe des Windows Explorers. Anschließend werden wir gemeinsam ein Programm installieren und deinstallieren. Um eine Kontrolle über unsere Programme zu erhalten, werden wir uns den Task Manager anschauen. Auch werde ich euch erzählen, warum man seinen Computer immer wieder updaten muss und was man bei einem Fehler tun sollte.